Ich widme heute meinem Vlog alles einer Hose. Und zwar die ikonische Marlene Hose. Schon letztes Jahr war die Hose total im Training. Schön high-waisted, das heisst hoch tailliert und schön breit am Bein. Und die, die ich heute anhand habe, ist von der Eigenmarke Bayadushka, wunderschön in Flanell, ganz, ganz fein. Man hat das Gefühl, man hat gar keine Hose an. Ich zeige euch alle Vorteile und wie man vor allem sie kombinieren kann. Denn es ist das, was die Leute wissen wollen, wie ich die Hose kombinieren kann, damit ich nicht zu klein drin aussehe, nicht zu dick oder nicht zu breit oder wie auch, sondern dass sie wirklich cool stylen können. Und ja, das ist schon mein erster Look. Meine Kunden fragen oft, ich möchte gerne die Hose ausprobieren, meine Figur ist vielleicht nicht optimal, ich habe nicht so eine feine Talie oder mein Fögel ist zu gross oder meine Schenkel. Geht das oder geht das nicht? Kann ich einen grossen Pulli darüber anlegen, einen Oversizer? Das sind oft Fragen, die gestellt werden. Also, meine Damen, erstens einmal geht die Hose extrem vielen Frauen. Speziell, weil die Hose, die Marlenehose, zwar schmal aussieht bei der Talie, aber hinten hat es einen Gummizug, sodass sie ein kleines Spatzes gibt, falls man ein kleines Panschette hat, gerade für nach den Feiertagen, ist das natürlich wunderbar. Was die Hose aber mit sich bringt, ist sie, dass sie extrem bequem und Sicherheit schenkt wird. Durch das sie so hoch ist, tut sie wunderbar alles einpacken und zwar in einer Leichtigkeit. Und das macht es eben aus, wie diese Hose in welchem Material ist. Wenn es natürlich ein dickes Material ist, ein Tweed ist, ganz ein schwerer Tweed ist, dann dreht das auf und dann kannst du nicht gross noch etwas darüber anlegen. Aber wenn die Hose so fein ist wie die, die ich jetzt trage, es ist ein wunderbarer Bainwulf Flanel, wo du das Gefühl hast, du hast nichts an. Und doch fliesst sie wunderschön und dann kannst du schichtenweise arbeiten, so wie ich das gemacht habe, mit einem wunderbaren Pulli. Den, den ich jetzt trage, zum Beispiel auch der von Bayo Boutucha, der nicht beissen tut, das muss ich schön betonen, sind wunderbar. Da gibt es in verschiedenen Farben. Es ist Viskose, Polyamide, zusammen kombiniert. Also wunderbar, es sieht sehr woollig aus, aber es beisst zero. Kombiniert habe ich es mit einer Weste darunter. Die Westen sind im Moment total aktuell, so als Schichtenlook und drüber natürlich wunderbar wieder ein Oversized Blazer von Bayo Boutucha. Und was nicht da fehlen, ist der Schuh, der ist da versteckt. Schau dir das an. Das ziehe ich noch dazu an. Mega cooler Look, wo die Hose perfekt zur Gärtung kommt. Ja, genau. Istst du nicht? Man kann nämlich Lampe und Socke auch im Winter anlegen. Und wenn jemand sagt, vielleicht habe ich doch noch etwas frisch. Coole Socken dazu, das sieht eben frech aus. Wir wissen ja, dass ein schöner Chelsea-Boot lässig aussieht dazu, aber das ist natürlich das stylish Hochzeit à la Bayo Dushka. Und wenn man ein bisschen zentrieren will und zwar die Figur wieder ein bisschen zentrieren, kann man das perfekt mit einem Gürtel über sogar den Bläser oder den Westenbläser kann man mit einem Gürtel einen kleinen Akzent setzen. Das gibt noch ein bisschen Silhouette da drin. Also der Gürtel ist nicht von Bayo Dushka, der ist vom Infumdus. Jetzt kommt die Hose in seiner volleren Pracht. Volleren oder volle? In ihrer voller Pracht. In ihrer voller Pracht. Deutsch ist ja gesagt, Rossi. Ich habe mich ja verstanden. Das wäre ja immer so. Und dazu, auch ein Eyecatcher, ist natürlich die Bluse von der Label Edition. Traumhaft, die habe ich euch sonst schon mal gezeigt. Aber ich liebe diese Bluse, die ist sehr, sehr präsent von der Machart her. Und sie ist hauptsächlich oversized, immer bei den Ärmel. Aber was speziell ist oder ideal ist, sie ist da relativ schmal geschnitten. Das heisst, die musst du drin tragen. Die kannst du nicht einfach draussen tragen, einfach so oversized, sondern die muss effektiv in die Hose rein, sodass man wirklich wunderschön den Bund sieht. Ich würde da keinen Gürtel, nichts anlegen. Und drüben auch den Blazer, um den Look fertig zu machen. Sehr, sehr simpel. Und auch eine Tasche, sehr, sehr simpel. Und der Look ist wieder, ja, finde ich sehr harmonisch. Bei den Schuhen habe ich geschaut, das ist mein eigenes Stifaletto. Der kommt immer zum Einsatz, weil das geil finde ich einfach cool dazu. Und so eine Marlenehose kannst du eben auch einmal frech anlegen mit einer Buttine. Die Tram-Bluse von Limited Edition gibt es nicht nur Limited Edition, die gibt es eben auch in verschiedenen Modellen. Das eine habe ich auch gar auch. Aber es gibt natürlich auch noch in anderen Versionen mit anderen Krägen. Aber der Stil bleibt, dass die Bluse total im Vordergrund steht mit seiner ganzen Machart. Und umso mehr ist die Hose sehr, sehr simpel. Weil das Modell der Marlenehose ist immer gleich. Dafür gibt es sie in verschiedenen Farben und verschiedenen Materialien. Das, was ich trage, habe ich schon vorher gesagt, ist Flanell, bäumvoll Flanell. Ganz, ganz leicht. Oder natürlich auch in Seiden, die wunderbar fallen tut, schmeichelt tut. Auch wenn man ein bisschen mehr Kilo hat auf der Hüfte. Das spielt überhaupt keine Rolle. Die Hose schmeichelt schön drum herum. Und vor allem den Bund hinten dran gibt ihm eben ein bisschen Spatze, dass man sich vor allem wohl fühlt. Und das ist immer das Meistens von Bayadusca. Stil mit Komfort. Und natürlich die Nachhaltigkeit. Polero-Strickjägchen finde ich das Pünktchen auf dem I. Ich finde sie mega süss und sie ist wirklich predigeniert für High-Waste-Hose. Also man muss kurze Ägchen haben, wenn man will, in vollen Pracht die Hose zeigen. Also ihr seht, ich habe jetzt darunter ganz einen simplen Body in schwarz. Und dann würde ich, man kann auch darunter auch ein Töppchen anlegen mit ein wenig Spitzen. Das sieht auch sehr sehr süss aus. Aber sonst ein wenig sportlich elegant. Ich finde das mega lässig, so der Stil. Man kann auch einen groben Turnschuh anlegen oder eine Bottine. Ich habe halt wieder mit meinen Lammfellen die Sockeletti angelegt dazu. Aber was ich noch dazu kombiniert habe, ist Gürtel. Aus meinem Fundus habe ich gefunden, ich gebe ihm jetzt noch ein bisschen einen Eyecatcher. Und das habe ich gemacht mit dem Gürtel. Also man kann sehr gut eben die Taillengürtel wieder hinten vorne nehmen und mit dem noch einen Akzent setzen. Aber sonst braucht es eigentlich gar nicht viel. Sieht doch cool aus, oder? Seiden auf Seiden, Eleganz pur. Es fliesst einfach alles nur noch so. Der wunderbare Mini-Kimono kann man sagen von Obidi, den liebe ich sowieso. Ich habe den Lange und den trage ich rauf und runter. Das haben die sicher schon viele bei mir gesehen. Aber ich finde ihn auch schön, auch in dieser Farbkombination. Und ich habe einfach gefunden, der passt einfach perfekt mit der Bayadushka Merlene Hose. Und zwar in dieser Farbe, die sich wiederholen tut. Klar, schwarz wäre auch schön dazu. Aber wieso auch noch mal ein bisschen Farbwagen. Ich finde es wunderschön, auch so eine Art sehr elegant. Ich habe jetzt einen Schuh von mir angelegt, einen schönen, lackigen Schuh. Und ich finde, so kann man sich sehr gut am Abend zeigen. Und vor allem der Komfortfaktor ist einfach die 100%. Da auf jeden Fall nicht drinnen shoppen, den wunderbaren Kimono, sondern fallen lassen. Weil es fällt, also ich sage immer fallen, aber es ist so. Es fliesst. Fast schöner. Alles fliesst schön zusammen. Und die Länge ist natürlich bei Damen, die kleiner sind, ein Thema. Deshalb auch dort probieren die Hosen. Unbedingt nicht sagen, ich bin klein, ich kann so Hosen nicht tragen. Probieren sie zuerst. Es ist unfassbar, wie wenn man sie anhat, die Möglichkeit, die sich öffnet, wo man nicht denken würde. Bei der Länge würde ich sagen, mit Schuhe oder ohne Schuhe. Und sonst einen Umschlag machen lassen, finde ich auch sehr schön. Oder sonst einfach ein bisschen Mühe länger behalten. Auch wenn eine flache Schuhe trägt, ist die Hose schön, wenn sie einfach zu fliessen tut. Und natürlich mein ultimativer letzter Tipp heisst, probieren geht überstudieren. Und das am besten, wenn ihr live bei Baia Dusch gehen wollt, an der Zingas 4 im Kreis 01 Zürich. Oder in Enet Baden im Oederlin Areal. Oder ganz einfach unter www.baia duschka.com findet ihr all die traumhaften Kleider. Also, es gibt noch einen kleinen Zückerchen am Schluss, der einfach heisst, let it be. Ein cooler Mantel, der dedicated ist, der Beatles immer noch mit den Marlenenhosen kombiniert. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, der modische Beitrag hat euch motiviert, auch die Marlenenhosen auszuprobieren. Und ich bedanke mich natürlich immer für eure Feedbacks. Und selbstverständlich abonnieren noch so gerne auf diese Seite. Und für andere Beiträge immer noch auf die andere Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal.